Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront, die Beta. Und wir spielen jetzt wieder mal die Drop Zone. Aber schon lange nicht mehr. So, joinen wir mal. So, wir sind wieder Rebell. Sehr schön. Und wir sparen immer noch auf den Jetpack oder Jumppack, wie das auch immer heißt, Mark. Boah, da haben gerade noch die Grafiken nachladen müssen. Und wir sind mitten in der Schlacht. Sehr schön. Ein Vogel. Schieß den ab. Man muss immer stürmen. Stürmen ist das Beste. Gut, dann lege ich da gleich mal los. Von hinten kommt der da und schnitzelt sie alle weg. Vielleicht kriegt man sogar einen Assistant. Nee. Der ist zu gut. Wir brauchen einfach mehr Spielerfahrung. Und dadurch sammeln wir Credits und da können wir uns bessere Ausstattung holen. Ähm. Ich dachte schon. Ich latsche hier einfach mal mitten im Ding rum. Yes. Ich weiß nicht. Ob das unsere Kontrolle ist, wenn hier alles zerstört wird? Kann ich hier irgendwas machen? Einfach nur defenden oder was? Ja, wahrscheinlich, oder? Waren hier hinten nicht welche? Ach, da vorne. Okay. Äh, die Teile sollen wir immer beschützen. Die halben Atombomben. Sieht da aus wie so eine Atombombe. Ich kann leider nicht hinsprinten. Habe ich den? Nee, den habe ich nicht erwischt. Schade. Da. Da springt er noch rum. Alter, wie viele Leute am Tag gerade auf mich geschossen. Oh, oh. So. Da war noch. Das. Ich wusste es. Da ist gerade einer in der Luft gewesen. Hm. Ich sehe es hier noch auf mich zu fliegen. Nein. Das ist, das ist echt peinlich. Da vorne ist noch. Jetzt nur richtig treffen, ne? Jo, die sitzt. Aber die trifft den nicht. Nein, nicht getrunken. Ich will den kriegen. Ich will den kriegen. Ja, jetzt hat er mich. Das ist wahr. Gut. We seized the escape pod. Another pod is down. Move on that location and capture it. If we don't do something quickly, that escape pod is going to fall into Imperial hands. Okay. Charged. Hier. Escape pod. Wohin? Woher? Wo denn? Wo ballern die denn hin? Da ist sogar keiner. Ich verwirr nur die Leute. Ah. Was war denn das? Ich bin... Mies. Mies. Und immer spawned man am Arsch der Welt. Ich frag mich grad hier, was das für ein Planet ist, weil ich den nicht kenne aus dem Star Wars-Universum. Yes. 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 Nochmal schön. Oh. Ja. Gut. Wer war das? Hab ich gar nicht gesehen. Gut. Okay. Gehen wir wieder zurück. Yes. Haben wir einen erwischt. Okay. Da hinten hin. Da oben. Da oben. Denkt sich wohl, der ist ganz schlau, oder? Nein. So, jetzt nochmal her. Ich frag mich dann, wie es beim richtigen Spiel aussieht, ob man per Team-Speak sich da irgendwelche Sachen zusagen kann. Also, da hat man ja im Trailer gesehen. Das wäre richtig geil. Oh, oh. Ah. Oder, dass man so sich im Team zusammenfinden kann und dann so ein Match macht. So. Ein Charge. Jetzt weiß ich, was das auflädt. Oh, ich hab den doch bekommen. Nice. Nein. Scheiß Granade. Na gut. Ja, ja. Sehr gut. Ich tue ja mein Bestes. Alter. Kill-Assist nur. Ja, 15 Kills. Ja, das war doch richtig gut, ey. Na komm. 15 Kills. Nicht so schlecht. Hm, der rechts ist Ellie. Hat auch mitgespielt. 10. Nee, 1000. Okay. 300. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.